ja freunde was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal ihr seht ihr ich bin im auto ich bin gerade bei den jungs von sport total angekommen wir haben jetzt später ein live talk auf facebook und ich werde euch jetzt einfach mal mitnehmen so ein bisschen zeigen wie das ganze da abläuft ist halt noch alles relativ klein relativ locker noch alles deshalb ich nehme euch einfach mal mit dahin ich weiß selber noch nicht was auf mich zukommt seid gespannt ich bin auch gespannt lasst gerne ein like da checkt die jungs auf jeden fall mal ab und dann würde ich sagen bis gleich so gleich geht es los ja erster live talk auch für mich ja bin ein bisschen nervös hätte ich nicht gedacht technik läuft noch nicht so ganz wir sind gerade am versuchen dass es klappt und ja sehen uns gleich wieder wir stellen uns einmal ganz kurz vor dario schumacher ist gerade vom bonner sc sitzt gerade am flughafen malaga dario herzlich willkommen grüß dich dann haben wir einmal den mike berlinger sitzt auch zu hause in schweinfurt ja auch die ein herzliches bekommen nach schweinfurt und unseren co-host janik ja so ein bisschen mit rein schnuppert guckt was so in so einem talk abgeht bisschen kontakte knüpfen wir freuen uns auf jeden fall da würde ich mal sagen janik fängst du kurz an was machst du kommst du her was wie sieht es bei dir aus ja also ich bin janik pelivan bin 21 jahre komme aus bonn und bin youtuber und influencer und spiele ja zeitgleich auch in der rheinland liga und bei youtube mache ich halt verschiedene sachen bin öfters mal unterwegs auf events treffe ja profis jetzt vor kurzem auch noch die nationalmannschaft und ist eigentlich ganz cool was man da so von den leuten sieht stark ihr habt uns gefreut dario dir schönen flug und wir hören wir hören und sehen uns und ja darauf noch guten übergang mai guten übergang schöne weihnachten kreise ich habe das ja eben mitbekommen ihr seid jetzt eine stunde im bad gestanden habe ich die haare gemacht und so weit deswegen so sein freunde kurz schminkkoffer was wie es eure erfahrung wie super also die jungs waren locker janik war fürs erste mal auch mega cool drauf die beiden haben sich auch nachher so gefunden hat man glaube ich gemerkt dass die da sich auch gegenseitig so ein bisschen fragen gestellt haben ein bisschen input gegenseitig liefert haben und von daher war es eigentlich relativ einfach hat mega spaß gemacht gerade auch mit denen mit den kommentaren die da reingekommen sind super sache hat richtig bock gemacht und ich glaube das war noch mal eine richtig gute session vor weihnachten von auja gerne noch mal also nächstes mal wieder am start könnt ihr kurz anrufen dann komme ich als bonn kurz vorbei hat auf jeden fall bock gemacht die jungs waren locker drauf coole atmosphäre der gewinnte mit glück mit glück so für eine mini challenge hier bei sport total ganz einfach ganz in sie da vorne in den wasser einfach einen ball reindrehen mal gucken der erste der darf nach hause fahren der darf nach hause fahren oh ich wollte gerade sagen ich bin noch mal weg aber ok ich mach Alex Alex bin ich mal gespannt wir haben uns gekrattet nirgends der war nicht schlecht ja gut Thomas hat ja noch ne Chance ja ich hab nur ne Chance lass mal rein Thomas hat ja noch ne Chance dann bin ich der einzige der hier noch arbeiten muss so Thomas du hast noch ne Chance wenn du triffst sagst du auch nach hause ansonsten Überstunden ja Alex hat gewonnen mini challenge bei sport total kann man sich mal gönnen so Freunde ich bin wieder zu hause angekommen war ein anstrengender Tag schon weil ich seit heute Mittag unterwegs war war aber ein cooler Tag hat mega bock gemacht danke nochmal sport total für die Einladung bin das nächste mal auf jeden fall wieder dabei falls ihr mich nochmal dabei haben wollt und ähm checkt auf jeden Fall jetzt nochmal die Jungs ab die Links zu denen sind unten in der Videostreibung Instagram, Facebook könnt ihr gerne mal abchecken und auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bis dann halt rein Ciao so